herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge von youtube live ich bin der gute sachse und wir spielen weiter wo wir haben abgehört keine ahnung wo wir haben 15.000 abonnenten haben die englische gute spiel geld haben genug für mitte ja der wird jetzt so zu so und jetzt okay machen wir lade ladet laden beschirm mit hinweis okay das passt aggressiv haben wir keine intelligenz das wird wunderbar passen aggressivität und dazu noch extra punkte sehr schön und was du schaltest die kamera aus weiter geht und jetzt was ist so der geht rein der sogar wunderbar hat sich geordnet und dann macht es und ist und wunderbar läuft viele punkte sehr schön hochladen natürlich wieso habe ich das scheiß laune ersetzen nein ok unser computer arbeitet noch dann essen wir irgendwas ich wollte mit dir reden dann zu hause wir können umziehen aber wir haben ja keine kolle so viel so video ist nicht schlecht gleich geht okay gehen wir raus hilf mir ein kleiner op so wird ob wir den gelder haben wir bekommen ich habe ja schon habe ja doch gearbeitet ich bin blöd ich denke wir haben ja den geld bekommen wo reicht doch reicht uns da muss man ersetzen was machen wir kommen wir werden chatten mit dem vielleicht deswegen steigt unsere laune besser weil ja unser laune ist es nicht so toll finde ich ja gut steigt immer noch nicht wieso nicht das was ich bin auf platz eins oder was ich weiß nicht ob diese abonnenten sind laune von abonnenten oder meine laune das weiß ich selber nicht aber 23 dollar ist es nicht schlecht zahlen finde ich okay jojo super alle spiele sind sinken schon und sich einkaufen gehen und sich einkaufen gehen ich will deine beziehung ich will deine beziehung ich will deine beziehung okay warte nein wir geben da hin und eine gute spiel das haben wir gekauft der geht sinken oh der geht auch gut nach oben auf playstation auf das computer das ist glaube ich online spiel nein warte 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 der ist gutes spiel komm machen wir den da und kaufen wir oh laune steigen nach oben ich weiß nicht wieso ne du hast abonnenten das display aufnehmen verkaufen ja klar so machen wir das und video den gameplay machen wir einfach zack bumm läuft so was fehlt uns nix machen wir weiter neue neue hit nehmen wir so weiter geht's und du soll zocken nicht sich entspannen so so leibetchen was intelligentes immer sagen muss man so ausschalten ausschnitt lustiger kommentar ausschnitt komm lustig oh sogar lesen richtig so nächste was ist normal normal normales spiel für lichen auszug kinder kommentar ich bin so wunderschön professionell herrn kommt man es hat mir nichts falsch gemacht so ziel für vor das spiel startet des startet er da schaltet dein kamera aus agression konnte besser sein aber kann man nichts machen damit geld dagegen und jetzt das mag ich dass das und das theoretisch konnte ich das auch rein machen jetzt schon aber hier will und wir machen hier dennoch beschissen machen wir so und was fehlen natürlich das welt und das am wenigsten hat dann stellen wir 67 ist okay würde mich nicht beschwerden und hochladen dann gehen wir jetzt schlafen bis der fertig ist dann lassen wir gleich noch mal eine folge der brauche noch ein bisschen arbeiten 2 dollar sind schlecht das braucht immer diese hochladen weiter wie geht's ich bin zu spüren ok ist es ziemlich gut angekommen es mir kurz die auswahl sagt bevor es schlechte spiel wäre erster unternehmen wir meinen sinn bei jumpen wollen wir so oder sprung der todes oder so konnte ich nehmen nennen so durch hatte die aufnahme eine so ausschnitt blitzen morgen natürlich normal spiel professionell komisch zusammen war des spiels auch FMI so etwas und selber richtig du schalte an also deutlich 40 dollar kam er hat finde ich so dass du das ist aber problem ist jetzt hier so da mache ich so so werde komplett falsch so würde ich glaube habe andere wahl muss ich so machen und dann wenn mache ich das mehr wird das versucht mir so man 62 auch gut finde ich und hochladen alle 50 dollar ist das nicht euer ernst oder arbeiten gehen für 10 stund wieso nicht ja warte bis ich komme 6k nicht schlecht nicht schlecht hallo ok gameplay auf nintendo nintendo habe ich nicht ok akzeptiere ich ich wollte dieses spiel anzuladen ok ja nehmen wir an den nintendo muss ich kaufen weil ich muss bis back so schauen wir wie viel kostet diese nintendo ding wie geht es dir so sicher okay ah das reicht uns das wird kritisch gehst du schlafen aber ich hoffe reich und das ist übertrieben knapp mit den sind einkaufen ja weil ich brauche diese gameplay muss ich sowieso vorsetzen nehm ich so test schon wieder ich hoffe es reicht so agressionen so du hast die gefunden ich werde mich freuen so und das ist so zeit bevor das spiel startet agression soll ich machen oder was der zusammenfassende spiel ja habe ich will ich weiß nicht wie viel aber echt viel gold gold ja viel gold an mir bekommen das muss mir ein muss das komme ich so kann sie so machen habe andere wahl so und danach mann das und ist und ein paar sollte passen auch gut kommen auch viel money das deswegen es wird gerüchte dass du der videomacher geld ich denke es ist besser so ignoriert in solche fragen muss man sehr aufpassen was man sagt sonst es gibt konnte erfahrt am schiff laufen so dann essen wir was und dann erst arbeiten ich weiß nicht noch nicht wurde abgezockt das ist gut zehn stunden lasse ich mir kurz dann gibt es noch sogar gut geworden mann haufen geld bekommen ich wollte schon was kaufen aber ich muss machen wir ja noch ein scheiß die wäsche dieses gesunken so machen wir so sehr gut gutes spiel also machen wir noch eine und und was verrückt ist was lästiges ich hab hier nichts noch gar nichts keine punkte ich werde mich freuen so weiter geht's ich mache das mache ich da haben wir schon den da und da aber da fehlt mir was mache ich so und dann muss man schnell machen bevor das alles kracht hallo mein name ist so wegen der band wir werden die ungegeben der sda rabatt bekommen die zwei von ein Angebot von Kiwi Markt und rabattet will ich nicht wieso sollte ich party einladen es wurde schon abgezogen gehen wir auf die haben wir verdient haben wir haben zu kohle verdient gehen wir so wie es wir sind große party time was bietest du mir ein was muss ich überhaupt machen machen wir das nächste folge gute arme blablabla ah die maske grundschaft mit ein ein leuten ok rennen wir sind für solle guten intelligenten he he reden wir reden blablabla ich bin mir sicher dass diese videos spitz im sind Dankeschön, ich bringe immer mein Bestes. Ich kann dir für den Klöscher der Laufkuh gekennen. Ich habe gehört, dass der nächste Konzert... Okay, unglaublich gute Grafen. Okay, so erfolgreich vielleicht nicht so. Was? Ich liebe dein Video, sagst du. Okay, danke. Ich konnte nicht gar nichts davon erinnern. Oh, du hast einen Fehler mit dem Bödiepie gegangen. Okay. Blablablablabla. Ich werde früher auch einen YouTuber wie du, doch... Blablabla. Blablabla. Ich werde zu langsam scheiße. Ich habe gelesen, dass... We love body... Und wir überraschen das. Blablabla. Blablabla. Wieso lazy so schön langsam? Jemand hat halt unter den Kanal. Okay. Ähm... Blablabla. 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 Äh... Ich habe die letzten nicht gelesen. Äh... Nochmal. Ha? 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 Ähm... Blablabla. Nee, wir... Blablabla. Blablabla. Preis holen. Fahr. War einfach. So. Ajo. Komm. Blablabla. Ich verschwinde schon. Blablabla. 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 So viel Kohle. Leck mich am Marsch. Ich habe nie gedacht. Yeah. Yeah. Im Moment. An der. Konnte die Partys gehen. Wie ich immer wollte. Und jede meine Freunde einladen. Mach konnte ich durch. Mein Kanal. Und Handy. Okay. Manche Veranstaltungen hatte ich kleine Ordnung. Als musste ich immer der passende Opfer finden. Ich konnte der Kleiderorganisierte jede Veranstaltung sehen. Indem ich der Kleider auf die klingt. Und was habe ich gemacht. Wenn ich keine passende Opfer. Was. Ich bin einfach. Einkaufen gegangen. Gegangen. Ganz einfach. Okay. Glück. Okay. Computer. Einkaufen. Also sollen wir passende Opfer kaufen. Für mich. So. Und dann klick auf Bekleidung. Und da kann ich kaufen. Aha. Ich hatte die Erkleidung gekauft. Benötige ich den Event zu gehen. Um dem mehr Erfahrung zu erhalten. Die ganz. Kleidung. Schick. Wer denn denn wird. Okay. Da muss ich. Mein Computer kommt. Kaputt. Okay. Nehmen wir. Ja. So. Also. Es kommt drauf. Was für. Opfer. Karte. Für. Mann. So. Partys. Was ist das für Scheiß. Superheld. Oh. Held. 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 So. Geben weg. Haben wir ein Video. So. Muss ich mir machen. Wahrscheinlich nochmal. So. So. Ich werde sagen. Für diese Folge. Das werde. War's. Und wir. Sehen uns. Nächste Folge. Nächste Folge. Nächste Folge. Mit dem. Nächsten. Neuer. Auftrag. Arbeitauftrag. Von dem. Jemanden müssen wir. Aufnehmen. Und bekommen wir. Glaublich. Über 100 Euro. Oder sowas. 100 Dollar. Dollar. Schuldigung. Dollar. Und wir. Sehen uns. Wie immer. Nächste Folge. Tschüssi. Dann Zukunft